Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Kanalverstellung. Heute sind wir auf dem Kanal von Lucario, Luca, also er heißt Luca, das ist schon mal gut zu wissen. 144 Abonnenten, 2073 Videoaufrufe und seit dem 25. Februar 2016 mit dabei, also seit 5 Monaten. Ist noch ein Frischling oder ein Neuling, weiß ich nicht, er ist frisch auf YouTube, sagen wir es so. Und wir schauen mal in die ganz kurze Beschreibung rein, ein etwas anderer Comedy-Kanal. Es war einmal ein YouTuber, der die eine Million Abonnenten knacken wollte. Dies möchte ich schaffen. Fast jeden Tag ein Video, viel Spaß auf meinem Kanal. Okay, Beschreibung, weiß er glaube ich selber, ist ein bisschen zu kurz. Die Beschreibung kann jeder so machen, wie er es möchte, aber ich gebe dir als Ratschlag auf jeden Fall, die Beschreibung ein bisschen zu erweitern. Du kannst ja zum Beispiel schreiben, was auch immer sehr gerne gelesen wird, zum Beispiel die Daten von deinem PC oder mit was nimmst du auf, mit was schneidest du, welche Projekte kommen, an welchem Tag, vielleicht ein bisschen mehr über dich, vielleicht wollen die Leute mehr über dich wissen, schreibst du, ich bin Luca, 12, 13 Jahre alt, geh noch zur Schule, mach hobbymäßig gerne, was weiß ich, oder was du auf diesem Kanal halt machst. Er hat bislang nur geschrieben, es ist ein Comedy-Kanal, das wissen wir jetzt. Er will irgendwann mal die eine Million Abonnenten knacken, viel Glück dabei. Und er macht jeden Tag ein Video, fast jeden Tag ein Video. Wir schauen mal, ob das auch wirklich so stimmt. Hier sehen wir mal, vor vier Tagen sein letztes Video, vor sechs Tagen, vor einer Woche, vor einer Woche. Also so ungefähr, davor kam vor zwei Wochen das letzte Video, dann vor einem Monat, da hat er mal eine längere Durststrecke gehabt. Und hier auf diesem Thumbnail sehen wir oben eine Web, eine Webcam, ja klar, eine Webcam, aber eine Facecam. Das ist er, glaube ich, selber, der Luca. Ja, das letzte war ein Intro für Wolle, so hieß das letzte Video. Macht er denn selber Intros? Ich glaube, hier sehen wir mal, ist das selber gemacht. Das ist nicht selber gemacht, das war von Favorit HD oder von Favorite HD, mein Intro. Das hat er wahrscheinlich auch nicht selber gemacht, aber da hat er sich vielleicht mal selber versucht. Ich glaube, das ist eher ein Intro-Template. Ich habe mir das mal angesehen, also es sieht sehr stark nach einem Intro-Template aus. Ich glaube nicht, dass er das selber gemacht hat. Hier hat er mal ein Let's Play Together mit irgendeinem Wörter, aber leider auch nur eine Folge. Ja, bislang leider nur eine Folge, aber er hat ja auch direkt danach einen Kanal-Restart gemacht mit neuem Namen. Also hieß er wahrscheinlich vorher anders hoch, jetzt ist die Seite wieder auf weiß geworden. Das ist bei mir irgendwie manchmal so, ich weiß auch nicht warum. Und wenn wir mal zurückblicken, viele, 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 viele Intro-Videos, hier ein Sorry-Video, da mal ein Minecraft-Video, ich glaube mit der Handy-Kamera aufgenommen, so sieht das auf jeden Fall aus. Also da ist noch viel Bedarf nach oben, aber vielleicht gefallen euch ja die Videos, schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Vom Lucario, vom Luca, ja? Ja, bewertet mal so eine Videos, lasst mal den einen oder anderen Kommentar da oder lasst sogar ein Abo da, wenn euch die Videos... Was ist denn jetzt hier los? Jetzt spackt die Seite wieder, ach nein, ich habe eine spastische Seite geöffnet. Nein, Quatsch, darüber machen wir keine Scherze. Gut, also, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut beim Luca vorbei, der Link ist unten in der Beschreibung rein. Falls ihr euch mal bewerben wollt für eine Kanalvorstellung, hört jetzt gut zu. Ja, erfüllt die vier Voraussetzungen, die unten in der Videobeschreibung stehen und dann bewerbt euch, wenn ihr die vier Voraussetzungen habt, per Privatnachricht in YouTube. Nicht in Skype, nicht in den Videokommentaren, sondern per Privatnachricht auf YouTube. Und dann werdet ihr auf eine Liste geschrieben, ja, in ein Google-Dokument. Dort könnt ihr dann immer den Status eurer Kanalvorstellung sehen, wie weit ich schon damit bin, ob ich aufgenommen habe oder hochgeladen habe schon oder schon geschnitten habe und so weiter. Genau, und sofort. Ihr werdet das dann sehen im Google-Dokument, das ist auch sehr verständlich. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit meinen Kumpels. Wir ficken. John Cena Manuel L. Jackson Wie das Schlein hier ist und schauen meine Freunde, bis zum nächsten Video. Bis bald.